Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Leute, wir sind wieder draußen. Der Sommer hat angefangen. Es ist so warm, oh mein Gott. Es ist so wild, ey. Fast 30 Grad. Zumindest fühlt es sich so an und ich habe mir direkt einen Sonnenbass geholfen. Genau, hier an dieser Stelle haben wir das krasseste Video gedreht. Ich habe sogar das gleiche Outfit an. Echt? Ja, mit dem Pop-Pool. Seinfach so extra gemacht. Nein. Hey, ja. Aber das war echt ein richtig geiles Video. Aber das haben sich wieder ganz viele Leute gewünscht. Ich drehe heute ein Heute-Wisses-Früher-Video. Ich habe es bis jetzt immer nur mit so richtig krass gedehnten Sachen gemacht. Aber heute machen wir das mit Fumbling-Sachen. Also, ich habe gerade schon ein bisschen getrun und ich habe ein bisschen verkackt, aber... Nur so ein bisschen. Du wirst auf jeden Fall auch was machen, ne? Nein. Hey, wir wollen doch auch gucken, ob du noch richtig fit bist mit deinem Alter. Alter darf man ja nicht verraten, ne? Keiner weiß, wie alt du bist. Mit meinen, 16 Jahren. 16? Ja, safe, oder? Ja, 16 Jahre. Leute, ihr könnt jetzt alle in die Kommentare warten, wie alt jemand ist. Also, ihr werdet es sowieso niemals erfahren, aber... Safe. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Okay, Dima, ich würde sagen, du fängst direkt mal an. Ey, das macht die immer wieder. Immer muss ich anfangen. Schon vorhin, als die gefilmt haben. Nein, nein. Als allererstes machst du diesen Front-Flip hier. Schön hoch, schön gerade. Das kriegst du bestimmt hin, oder? Weiß ich nicht, aber ich fiel mir Mühe. Das kriegst du bestimmt hin. Okay, komm. Doch, schön hoch, schön hoch. Und... Oh, Alter. Sogar besser als damals. Okay, das nächste. Ich bin dran. Yes. Ich mach genau das hier. Ganz viele Flicks was hintereinander. Oha. Drei, zwei, eins, Action. Zieh, zieh, zieh. Ja, noch ein, noch ein. Ey, das war ein Dreier. Nein, ey, das liegt an der Länge von der A-Trip. Ja, genau. Nein, 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 die A-Trip ist mir ein bisschen zu kurz. Sechs Meter, Leute, sechs. Nee, wir machen weiter. Ich will nicht mehr. Wie war, du bist dran? Den hier. Einen. So, Backflip und dann aufmachen. Genau, Backflip und aufmachen. Der sah da wirklich sehr schön krüppelig aus. Vielleicht kriegst du es noch besser hin. Danke. Gerne. Das habe ich richtige Motivation. Warum kannst du alle Sachen besser, ey? Als hätte ich mehr Power. Alter. Ich muss einfach aufhören zu trainieren. Ich glaube, das ist der Punkt. Okay, wir machen weiter. Also, ich bin dran mit das hier. Oh, der war, ohne Witz, der war schon echt clean. Der war echt krass, ey. Wenn du den hinbekommst, wäre schon ultra dope. Okay, ich probiere es aus. Los, Isi. Und? Oh, Junge. Straight in Landung. Heftig, Mann. Der war auch besser als, glaube ich, in deinem anderen Video. Ja, ne? Ja, die sollen mal in die Kommentare schreiben, welcher besser war. Hier, den hier. In der Luft und dann so. Und dann so ein Flashkick. Ja, genau. Ich glaube, ich kann das nicht mehr. Ich habe echt Angst, Leute. Probier aus. Bring mich jetzt krank. Nein. Oh, macht er sich noch den Weg frei. Los. Ich habe Angst. Und, 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 und. Kick, 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 kick. Ja. Ja, der war wirklich. Ja, gerade habe ich den nicht geschaut und jetzt schon. Was als nächstes? Als nächstes kommt dieser Sprung hier von mir. Okay, der ist auch echt gut, Mann. Also du hast fast mit deinem Fuß deinen Hinterkopf gesehen. Aber genau da bin ich auch hingefallen. Und jetzt. Ich bin hingefallen. Also eigentlich kann es ja nur besser werden. Es kann nur besser werden, Leute. War der gut? War der gut? War der gut? Ich glaube, der war gut. Oh nein. Next one. Oh, oh. War das doch eine ganz... Ey, da ging es bergab. Du machst jetzt das, die Nacht. Drei Salters hintereinander. Ey, das war eine 10 Meter Air-Track. Ja, du hast doch gesagt 6 Meter. 6 Meter. 6 Meter, Leute. 6. Also komm hier. Los. Und. 1. Nein, ich hab Angst gehabt. Nein, ich hab Angst gehabt. Mach mal, mach mal. Du kriegst es hin. 1. Nein, ich hab noch Angst. 1. Ich bin auch einfach so raufgesprungen. Aber du hast es mal wieder hinbekommen. Okay. Junge. Ey, bestes Video heute. Ich liebe es. Nein. Jetzt bin ich wieder dran. Okay. Ich mach diese Dreier-Kombi. Scheiße, ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde jetzt schon bergunter. Reit, Eislibell. Los, bitte. Ich bin zu dir. Zieh, zieh. Aber ich hab mich getraut. Ja, das war mir immer knapp. Ja, komm. Der gilt. Ja. Okay, du bist dran. Aber das sieht doch gut aus. Oh, das sieht wirklich gut aus. Das sieht richtig. Aber schaffst du das? Aber da ging es runter und Radwände wieder. Ja, komm, probier mal aus. Nein, meine Radwände sind so schlecht geworden. Doch, probier mal aus. Die Radwände und... Nein. Noch mal machen. Die Radwände und das... Nein. Doch. Es zählt. Es zählt. Oh, zum Glück. Das war doch gut. Okay, ich bin wieder dran. Ich mach genau das noch. Ja, Mann. Dreihändig. Feierdeck. Hier ist übergekehrt. Zieh. Nein. Nein. Noch mal. Der war so knapp. Du hättest er einfach machen müssen. Zieh. Nein, ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr. Nein, nein, nein. Zieh doch einfach. Ohne Wind. Zieh. Nein. Nein. Nochmal. Ich will schlafen. Und... Die Null. Nein. 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 Ich geb auf. Ich geb auf. Du bringst deinen Fans aufzugeben. Leute gibt nicht. Niemals auf. Ja, genau. Nur die Isabel. Ich geb auf. Wir machen jetzt einmal das hier zusammen. Es ist eigentlich ganz einfach. Ja. Let's go. Ich hab sonst noch mal mit Jascha gemacht. Jetzt wird mehr. Aber Isi kann jetzt kranke Backlips. Let's go. Boah, aber der Symptom macht krank. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es an dieser Stelle auch. Ey, zum Glück, ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Obwohl? Was? Obwohl? Eine Sache fehlt noch. Mach das nicht. Let's go. Boah, 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 boah. Ich hab Bock reinzuspringen. Wohin? In den See rein. In den See rein? Junge. Hier sind überall Stacheln, Alter. Stacheln. Ja, dein Ernst, Alter. Da wirst du schwimmen gehen. Und die Leute angeln. Spring doch einfach in die Angeln. Das ist safe, eiskalt. Ey, das war so erfrischend. Das war so erfrischend. Ich will es hier nochmal rein trinken. Es ist so kalt. Okay Leute, lasst ein Abo da. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.